Ja, wir treffen uns, ist ein Herzensprojekt von mir. Ich lade immer sehr gerne meine Kunde, die Lieferanten, die Synergiepartner ein, damit wir einfach einen schönen Abend verbringen können. Wahnsinnig begeistert, so eine Motivation versprüht und so einen Enthusiasmus und so in die Zukunft schaut. Einfach hier zu sein und zu sehen, dass eine Firma wie Stage Concept am Leben ist. Das ist, glaube ich, heute Abend auch wieder hervorragend zum Ausdruck gekommen. Also heute hat mir bisher am besten gefallen zu sehen, was hier alles passiert ist, auch hinter den Kulissen. Und deshalb auf einem sehr, sehr schönen Niveau und wunderbares Ambiente. Das ist ein Mix aus Unterhaltung, Information und geselligem Beieinander. Ich fand den ganzen Abend eine ganz tolle, bunte Mischung. Mal wieder so viele Menschen auf einem Fleck zu sehen, sich wieder auszutauschen. Also das, was ich an Maik sehr schätze, ist sein immer weiter. Ich sage, es muss immer weiter gehen. Immer weiter. Immer weiter, immer weiter. Und das beeindruckt mich natürlich schon. Ich sage, es muss immer weiter gehen.